Fremde Marken als AdWords buchen, geht das? Immer wieder erreichen uns Fragen von Mandanten, die entweder wegen der Verwendung von Drittmarken im Rahmen von AdWords abgemahnt wurden oder eben gegen eine entsprechende Verwendung vorgehen wollen. Und wir wollen heute einfach mal schauen, was geht hier und was geht nicht, wie ist die Rechtslage? Hallo, ich bin Kieran Kost, ich bin Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz und damit unter anderem Experte für das Markenrecht. Und um dieses Markenrecht soll es heute auch gehen, wenn wir uns das Keyword Advertising mit Marken ansehen. Also wie darf ich Marken im Rahmen von Keyword Advertising vor allen Dingen bei Google Ads eben verwenden? Darum soll es in diesem Video gehen. Beim Keyword Advertising, also AdWords oder Google Ads, wie das Ganze seit letztem Jahr heißt, können eben Werbetreibende zu einem bestimmten Suchbegriff Werbung schalten, die dann in den Suchmaschinen von zum Beispiel Google ausgespielt wird, taucht dann nicht in den originären Treffern auf, sondern im Anzeigenteil. Also ich habe die Möglichkeit, das wissen die meisten von euch, eben zu einem bestimmten Begriff dann dort gefunden zu werden und mit meiner Werbung im Anzeigenteil aufzutauchen. Ja, eine schöne Idee dabei ist natürlich, dass man für diesen Suchbegriff eine Marke wählen kann. Muss nicht unbedingt die eigene Marke sein, könnte ja auch die Marke eines Dritten sein, vielleicht sogar eines Konkurrenten, bei dessen Suche ich dann quasi dann auftauche mit meinen eigenen Angeboten. Dieses Problem hat sich schon zu Beginn der Einführung des Dienstes, also AdWords von Google im Jahr 2000 gestellt. Da kamen ziemlich schnell bekannte Markeninhaber wie zum Beispiel Louis Vuitton auf die Idee, das kann ja nicht ganz so richtig sein, was ihr da macht und das jetzt neben meinen eigentlichen Angeboten auch Konkurrenzangebote ganz gezielt beworben und angeboten werden dürfen. Und das wurde in den Anfangsjahren auch ähnlich gesehen und Google hat in seinen Nutzungsrichtlinien dann auch entsprechend erlassen, dass man eben für Suchbegriffe bei AdWords keine Drittmarken verwenden darf. Das änderte sich dann erst mit einer Entscheidung des EuGH im Jahr 2010, also gut zehn Jahre später, wo der EuGH zwar festgestellt hat, grundsätzlich kann die Verwendung von Marken im Rahmen von AdWords einen Markenrechtsverstoß darstellen. Die Sanktionierung des Ganzen hat der EuGH dann aber den nationalen Gerichten. Im konkreten Fall war das eine Vorlagefrage des BGH. Also sollte der BGH darüber befinden, wie das Ganze sanktioniert, das heißt bestraft werden soll und ob das überhaupt einen Verstoß dann im Ergebnis darstellen sollte. Ja gut, ein Jahr später hat dann dasselbe Gericht, also der EuGH wiederum in einem weiteren sehr ähnlichen Verfahren wiederum eine Entscheidung treffen müssen und hat hierbei dann festgestellt, die bloße Verwendung einer Marke als Suchbegriff stellt dann noch keinen Verstoß dar, keinen Markenrechtsverstoß, wenn hierdurch die Herkunftsfunktion der Marke nicht berührt wird. Und das soll der Fall sein, wenn die Marke selber im Anzeigentext gar nicht vorkommt und auch sonst immer nicht der Eindruck entsteht, dass hier quasi das Markenprodukt beworben wird oder hier abgerufbar sein soll. Dann soll die Herkunftsfunktion der Marke nicht ausgenutzt werden und dann soll auch kein Markenrechtsverstoß vorliegen. In einer dritten Entscheidung dann, wiederum ein Jahr später, nämlich dann 2012, hat der BGH das Ganze dann nochmal etwas präzisiert und nochmal festgelegt, was die genauen Kriterien dann sein sollen. Danach soll kein Markenrechtsverstoß vorliegen, wenn ich zwar eine Marke für AdWords verwende, diese AdWord-Anzeige dann aber in einem abgetrennten Trefferbereich, dem Anzeigenteil, der auch so benannt sein soll, auftaucht. Das ist das eine Kriterium. Und das andere Kriterium eben, dass die Marke selber im Anzeigentext, insbesondere nicht im Titel, auftaucht. Also dass dann nicht irgendwo der Eindruck entsteht, diese Anzeige stammt vom Markeninhaber selbst. Was der BGH da aber auch festgestellt hat, ist, dass darüber hinaus jetzt keine Erklärung notwendig ist, dass irgendwie keine Kooperation zwischen dem Werbetreibenden und dem Markeninhaber besteht oder sowas. Also irgendeine Klarstellung darüber hinaus, wurde gerade nicht verlangt. Und damit, wo hat der BGH dann quasi an dieser Stelle erstmal Tür und Tor geöffnet, dass man Drittmarken auch für AdWords nutzen darf. Ja, das Problem an dieser Sichtweise und dieser Rechtsprechung ist sicherlich, dass hier abgestellt wird auf die Darstellung bei Google im Rahmen der Treffer. Und darauf hat natürlich der Werbetreibende im Ergebnis gar keinen Einfluss. Es kann sich im Laufe der Zeit und hat sich auch im Laufe der Zeit häufig verändert. Und jedes Mal aufs Neue muss man eigentlich bewerten, ist das jetzt noch ausreichend klar für denjenigen, der sich die Werbung anguckt oder der den Suchbegriff eingibt und die Werbung angezeigt bekommt, dass es sich hierbei um Werbung und eben um keine originären Treffer handelt. Ja, das ist also ganz wichtig und auch ein Kriterium, auf das der EuGH und der BGH ja in ihren Entscheidungen immer wieder abgestellt haben. Ja, und wie sich das im Konkreten darstellt, das wollen wir uns hier mal im kleinen Beispiel am Rechner anschauen. So ja, wir wollen es mal genauer anschauen. Ich habe jetzt mal hier in der Google-Suche Nike Fußballschuhe einfach eingegeben, also die Marke Nike oder Nike, wie man es aussprechen will. Man sieht, es tauchen hier unten dann die originären Treffer auf und hier oben ist der Anzeigenteil, den ich jetzt eben schon mehrfach erwähnt habe. Und da sehen wir natürlich von Nike selber eine Anzeige. Wir sehen von Intersport eine Anzeige, die offensichtlich Nike Fußballschuhe anbieten. Und wir sehen eine Anzeige von ON, die Seite onrunning.com. ON ist ein Schweizer Anbieter. Und wenn ich da mal draufgehe, sehe ich, okay, die haben Schuhe, ja, Herrenschuhe auch, aber keine Nike-Schuhe. Das ist alles eine Eigenmarke. ON halt. Und, ja, sieht für mich dann nicht mal so richtig nach Fußballschuhe irgendwie aus, ja. Aber das ist okay, ja. Wir sind hier, halten die Kriterien ansonsten ein. Die Marke Nike taucht hier nirgendwo in der Anzeige sonst auf. Es ist klar, dass das Ganze von ON oder Onrunning, wie auch immer die sich dort nennen, heißt. Und, ja, hier ist auch erklärt, was ich darunter finde. Insofern wäre das aus meiner Sicht eben ein Beispiel für eine zulässige Markennutzung im Rahmen von AdWords oder Google Ads. Wie wir gesehen haben, da geht einiges, was die Verwendung von Marken im Rahmen von AdWords angeht. Was aber auf jeden Fall nicht geht, auch nach der Rechtsprechung des BGH, dass ich die Marke selber im Anzeigentext platziere. Dass ich jetzt irgendwie schreibe, hier die neue Aspirin und dann kommt ein anderes Produkt darunter, was eben nicht von Bayer kommt, ja, von Bayer stammt. Also das geht nach wie vor nicht, dass ich irgendwo so die Marke ausnutze, um dann mein eigenes Produkt, also auch inhaltlich ausnutze, um mein eigenes Produkt dann da nach vorne zu bringen. Das ist nicht zulässig. Das gilt es unbedingt zu beachten. Da werden häufig auch Fehler gemacht. Ja, was wir jetzt hier festgestellt haben, nämlich, dass das grundsätzlich soweit zulässig ist, gilt in erster Linie für Deutschland. Wie wir ja eingangs gehört haben, hat der EuGH es den nationalen Gerichten letztendlich überlassen, das zu sanktionieren. Und in Deutschland ist der BGH eben dann als höchstes Zivilgericht zu der Auffassung gelangt, dass das soweit okay sein soll, wenn man diese Kriterien einhält. In anderen Ländern, in anderen EU-Mitgliedstaaten, nämlich insbesondere in Frankreich, aber auch in Österreich, haben die nationalen Gerichte das eben andersrum entschieden. Und gesagt, nein, es bleibt dabei, grundsätzlich ist auch die Verwendung von Marken bei AdWords oder im Keyword Advertising generell ein Markenrechtsverstoß. Das gilt also zu beachten. Das ist also letztendlich hier ein bisschen eine deutsche Besonderheit, obwohl das Ganze auf EU-Recht zurückgeht. Ja, was darüber hinaus zu beachten ist, auch nach der deutschen Rechtslage ist es nach wie vor untersagt, eine Marke im Rahmen von Metatext einer Website zu verwenden. Das hat also nichts mit dieser Sichtweise zu tun. Wenn ich also eine Drittmarke in die Metatext reinbringe, um meine Seite oder meine Werbung im Rahmen der originären Treffer einer Suchmaschine nach vorne zu bringen, was ja vielleicht auch viel schöner sein kann, als im Anzeigenteil aufzutauchen und vielleicht auch kostengünstiger, das ist ein Markenrechtsverstoß nach wie vor. Da kann man also diese Kriterien und diese Rechtsprechung, die es da vom EuGH und BGH gibt, nicht darauf übertragen. Gilt es zu beachten. Ja, diese unterschiedliche Handhabung, was jetzt so nationale Rechtsprechung angeht, auf die EU betrachtet, aber auch dieses grundsätzlich etwas seltsam anmutende Ergebnis, dass ich jetzt eine Marke auf diese Art und Weise in meinem Online-Marketing verwenden darf, das führt relativ häufig dazu, zumindest nach meiner Erfahrung, dass hier Abmahnungen ausgesprochen werden von Markeninhabern, die so gar nicht berechtigt sind. Also wie gesagt, man darf ja viel hier und wenn man sich an diese Kriterien hält, dann ist auch die Verwendung der Marke zulässig und eine Abmahnung dann unbegründet. Das wird aber häufig übersehen oder vielleicht sind diejenigen auch schlecht beraten an der Stelle einfach. Das kann aber gefährlich werden. Das kann deshalb gefährlich werden, weil wir hier uns im Markenrecht und nicht einfach im Wettbewerbsrecht bewegen. Und im Markenrecht ist es so, dass eine unberechtigte Abmahnung direkt Gegenansprüche zur Folge haben kann. Es gibt nämlich da BGH-Rechtsprechung, die sagt, das ist eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung. Also hier beruft sich jemand auf tatsächlich nicht bestehendes Markenrecht und das führt dazu, dass der Abgemahnte wiederum eine Gegenabmahnung aussprechen darf und seinerseits eine Unterlassungserklärung fordern darf und Erstattung seiner Anwaltskosten. Das Ganze wird also schnell zum Bumerang, ist also sehr unangenehm für alle Beteiligten. Man sieht also, es lohnt sich in Fällen, wo eine vermeintlich unberechtigte Markennutzung im Rahmen von Keyword Advertising vorliegt, vorher mal den Rat eines fachkollegen Anwalts einzuholen, einfach um nicht Gefahr zu laufen, dass man da ins offene Messer läuft und das Ganze nachher wieder zurückkommt und nicht meinerseits abgemahnt werde. Also Rechtsrat einholen und dann erst gegen Dritte vorgehen. Wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ihr selbst betroffen seid oder selbst den Eindruck habt, da nutzt jemand eure Marke auf eine nicht ganz richtige Art und Weise, meldet euch bei uns. Ich und mein Team stehen euch da gerne mit Rat und Tat zur Seite und wir gucken, dass wir euch genau aufgeklärt bekommen, wie die Rechtslage dort ist und was ihr tun könnt und was ihr besser nicht tut.